Achtung, jetzt geht's. Da sind ja die Kinder. Schönen guten Morgen. Hallo, heute ist mein Geburtstag. Moment mal, und ihr habt ja auch Erwachsene mitgebracht. Guten Morgen. Morgen. Da könnt ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen. Sag mal, wisst ihr denn überhaupt, wer ich bin? Ja, der Kappa. Genau. Woran habt ihr mich denn erkannt? Von deiner Zimmelmütze. Ja, genau. Ich hab ja immer meine superlange Zimmelmütze an. Aber heute habe ich überhaupt gar keine Zeit für euch.